Moin, ich bin Kai und ich zeige euch heute, wie das Zauberstab-Werkzeug in Photoshop funktioniert. Der Zauberstab ist in Photoshop dazu da, ganz große Flächen schnell auszuwählen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach reinklicke, seht ihr, da wird ein ganz großer Farbbereich ausgewählt. Und das funktioniert so, dass dieser Zauberstab das Bild in schwarz-weiß sieht. Also so. Und von dem Punkt, den ich auswähle, hat er halt einen Toleranzbereich, in dem die Farbtöne ausgewählt werden. Das heißt, wenn ich jetzt ganz schwarz habe, dann wählt er alles in diesem Toleranzbereich, bis es ein bisschen heller ist, sozusagen. Und hier habe ich jetzt den Toleranzbereich 23. Das heißt, 23 Tonwertstufen von 255, 256 hat er da jetzt ausgewählt. So, ihr seht schon, das ist hier ein bisschen heller, deswegen akzeptiert er es noch nicht so ganz. Ich mache das mal eben wieder bunt, damit es ein bisschen schöner aussieht. So. Wenn ich jetzt die Toleranz auf 0 mache, dann hat er wirklich nur einzelne Pixel ausgewählt. Man kann auch diesen Benachbart-Schalter ausschalten. Dann, und wenn man jetzt die Toleranz ein bisschen höher dreht, dann wählt der Pixel im ganzen Bild aus. Und wenn ich den wieder anmache, dann halt nur in diesem Bereich, wo ich das auch auswähle. Man kann auch den Aufnahmebereich noch ein bisschen vergrößern. Und da kann man halt den Bereich bestimmen, wie groß der sein soll. Zum Beispiel 100 Pixel mal 100 Pixel. Hat jetzt im Endergebnis nicht so viel Auswirkung, weil der ganze Himmel sehr schwarz ist. So. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, schnell so eine Auswahl zu machen. Das ist hier das Schnellauswahl-Werkzeug. Das ist schon, wie der Name sagt, schnell. Und jetzt kann ich hier einfach rüberfahren und habe meine Auswahl gemacht. Man kann auch die Pinselgröße ein bisschen größer machen. Zum Beispiel. Oder auch kleiner. Wenn man jetzt hier nochmal die Ecken nachbessern möchte, dann kann man hier ganz gut... ...den Pinsel kleiner machen. Ihr seht auch, dass ich hier, wenn ich Alt gedrückt halte, dann wechselt das von Plus zu Minus. Das bedeutet, wenn ich jetzt das Plus habe und drücke, dann werden immer Bereiche hinzugefügt. Und mit dem Minus halt wieder abgezogen von der ausgewählten Fläche. So. Jetzt haben wir unseren Himmel aber einigermaßen gut ausgewählt. Das reicht jetzt erstmal. Jetzt erstellen wir schnell eine Maske, indem wir hier unten auf das Maskensymbol klicken. Die ist jetzt leider falsch rum, die Maske, aber das lässt sich sehr schnell beheben, indem man Apfel I drückt. Dann wird die Auswahl umgekehrt, die Maske umgekehrt. Und jetzt können wir unseren neuen Himmel hier reinziehen. Das bestätigen wir. Schieben wir noch ein bisschen nach oben, damit die Fläche da oben gefüllt ist. Und dann müssen wir natürlich das Haus über den Himmel ziehen, weil ja der Himmel in dem Bild mit dem Haus ausgeblendet ist. Das sieht jetzt natürlich nicht so ganz überzeugend aus. Und mein Ziel war eigentlich auch nur die Sterne ein ganz bisschen rein zu haben, weil ja in dem Himmel nur schwarz war. Deswegen klicken wir jetzt auf die Maske und können dann hier die Dichte der Maske runterdrehen. Und dann hat man nur noch so ein paar Sterne da drin und kann das so ein bisschen erahnen. Und das gibt dem Bild natürlich schon ein bisschen mehr Flair. Ich hoffe, dass euch das weitergeholfen hat und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vielen Dank! Vielen Dank!